Heiße Rhythmen und spärlich bekleidete Tänzerinnen. Der Karneval von Rio erreicht mit dem Umzug der Samba-Schulen seinen Höhepunkt. Im Sambodrom tanzen die 13 besten Schulen der Stadt um den Titel Champion des Karnevals. Wochenlang haben die Tänzer an ihrem Auftritt und Handwerker an den opulenten Umzugswagen gefeilt. Man muss den Karneval wirklich lieben, um hierher zu kommen. Wir haben hart trainiert und jede Menge Energie in den Umzug gesteckt. Karneval ist mehr als nur Spaß für mich. Es ist eine echte Leistung. Ranklotzen heißt es, wenn es um die Ehre geht. Nämlich den besten Karnevalsumzug in Sambodrom zu zaubern. Die 720 Meter lange Tribünenstraße für 72.000 Zuschauer. Und auch wirtschaftlich lohnt sich das Spektakel für die Stadt. Eine Viertelmillion Jobs entstehen durch die größte Show der Welt. Hotels, Kneipen und Restaurants machen das Geschäft des Jahres. Ich bin sehr glücklich. Das ist alles ganz toll hier. Ich liebe den brasilianischen Karneval. Ich liebe ihn. Kommt alle her. Vier Millionen Besucher tanzen und schwitzen sich während des Karnevals von Rio durch die Nacht. Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Für das Spektakel im kommenden Jahr brauchen die Samba-Schulen dann neue Kostüme. Für das Spektakel im kommenden Jahr brauchen die Samba-Schulen dann 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 die Samba-Schulen dann